Fotoshooting in bester Stimmung bei der Übergabe der nagelneuen und frisch gebrandeten BMW X2 und X3-Modelle am neuesten Gadi-Standort in Liebhoch bei Graz. Dank der Unterstützung von BMW Österreich und des steirischen Traditions-BMW-Partners Gadi Family hat das Team der Euroskills Graz 2020 ab sofort insgesamt neun Dienstfahrzeuge zur Verfügung. Als mobile Skills-Botschafter werden die vierredrigen Schönheiten nicht nur für Freude am Fahren, sondern auch für zusätzliche Werbung für die Europameisterschaft der Berufe Anfang Jänner in Graz sorgen. Haben Sie eine Freude über diesen neuen Partner? Ja, unglaublich. Das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Signal, dass BMW hier als wichtiger Partner an unserer Seite steht und uns mit einem Fuhrpark unterstützt und auch mit Fahrzeugen bei der Veranstaltung. Für BMW Österreich-Chef Christian Morava, der im Rahmen der Übergabe auch gleich einen Silbersponsorvertrag seines Unternehmens für die Euroskills unterzeichnet, ist die Unterstützung der Young Professionals quasi Ehrensache. Nicht zuletzt, weil die Förderung der knapp 400 Lehrlinge im eigenen Haus und bei den Händlerbetrieben von enormer Bedeutung ist. Euroskills ist genau das Thema, um die Lehrberufe, die sehr vielschichtig und interessant sind, eben bekannt zu machen. Und diese Plattform bietet sich natürlich sehr stark an, einer breiten Öffentlichkeit und auch den jungen Leuten, die Berufe näher zu bringen. Näher bringen kann dann auch Hausherr Philipp Gadi den prominenten Gästen sein neuestes Standort-Baby. Mit dem erst im März fertiggestellten großzügigen BMW-Haus in Liboch wagt sich die südsteirische Traditionsautohändlerfamilie erstmals in weststeirische Gefilde und setzt zum 60-jährigen Firmenjubiläum ebenfalls auf Unterstützung der Euroskills. Es ist ein absolutes Privileg, so eine Veranstaltung in der Steiermark, in der Heimat der Gadi Family zu haben. Und wenn man dann als Automobilpartner und langjähriger Unterstützer der Jugendausbildung in der Steiermark da noch mithelfen kann, dann ist das einfach Freude. Voller Rückenwind also von BMW und Gadi für die Euroskills Graz 2020, deren Vorbereitung nach der Corona-bedingten Verschiebung und Zwangspause mittlerweile wieder auf vollen Touren läuft. Wir haben wirklich den Ehrgeiz, das kommende hoffentlich Covid-freie Jahr mit der Euroskills-Veranstaltung mehr oder weniger zu eröffnen und auch zu zeigen, mit allen Möglichkeiten und allen Sicherheitsvorkehrungen hier eine top-internationale Veranstaltung umzusetzen und auch die Bedeutung der beruflichen Ausbildung ganz, ganz nach vorne zu bringen.